ist vor produktion herzlich willkommen hier heute ist das auto was wir kosten nur heute ich habe auch die folge heute hochzuladen warum kann ich nicht kostenlos kaufen hä warum kann ich nicht kostenlos kaufen es hieß man kann die kostenlos kaufen muss man schauen im grünen werden das geschrieben wie das funktionieren soll es hieß man kann einmal kostenlos kaufen okay so geht das jetzt wisst ihr bescheid ihr müsst es rausgehen aus dem aus dem haus und dann könnt ihr euch den kauf und du sprach ich mir heute der frau ein bisschen oder bin ich jetzt allein auf der sitzung ich hoffe er hat es einfach ein schönes weihnachten geschenken bekommen ihr haben wolltet oder vielleicht sind doch etwas dabei die was du nicht heute aber ich habe das bekommen was ich wollte ich habe geld bekommen und noch starbett 2 das wird auch bald geschrieben also leider auf jeden fall gespannt wenn man ist aus dem von schütteln kommen wir warten bis das auto da ist es ist muss auf schütteln die und ihr wisst konnte sind bei mir keine normalen Videos sondern halt vielleicht kommt bald ein neues Video weil ich bin etwas hellhörig geworden ein Kumpel mir geschickt 21 und 20 Fahrzeuge die GDF also Roxa vor uns versteckt hält da müssen wir doch mal vielleicht mache ich darüber ein Video ich muss euch mal schauen oder ich möchte euch eine Frage und zwar was haltet ihr von GTA V Live habt ihr sowas Bock weil ich kenne Leute die das machen wollt ihr da mal eine Folge sehen oder sagt ihr ne GTA V Live muss nicht sein kann muss abhalten das weiß ich auch nicht was ist denn das Auto da ich sag's und es ist da sooo hey wo die falsch an ne da hab ich nicht gelesen ist schon richtig wo ich den geliefert habe Hermes Hermes wie alt ob es ein Paketfahrzeug wäre Hermes ah und da steht er sieht schon was ziemlich geil aus oh da ist er auch geil auch geil auch geil auch geil das sieht doch ganz schön cool aus Junge hat er sich grad tiefer gelegt das sah doch echt so aus ob er das kann ja lustig ich Panzerung nee Bremsen machen wir auch noch einfach was gucken ob wir so Veränderungen haben so sieht eigentlich cool aus also nicht mehr ach soo ach soo wenn schon mit wenn schon wenn schon wenn schon wenn schon mit oder ohne was sieht besser aus eigentlich mit oder ne ohne wenn das Auto eine Frau wäre dann würde ich sie aber ich koste nur so boah oder haben wir das? ah ja das nicht mehr das nicht mehr das müssen wir uns noch auf also noch ein paar bei manchen Autos drunter machen bevor äh das wieder vorbei ist dass wir die kostenlos bekommen oh das sieht geil aus so ein hot sword also so machen wir das was ist was ist es noch? eigentlich würde ich gerne in die Farbe das nehmen ich schau mal noch weiter das ist noch das ist noch eigentlich wirklich so blau äh rot ähnlich weil wirklich dieses blau gelb eigentlich auch nicht grün das geht noch grün das geht noch aber eigentlich wirklich dieses ist ultra ach ne ich lasse ich erst mal mit der Farbe ne wenn schon so zu das sieht geil aus Togo muss ich eigentlich auch noch einbauen aber das mache ich alles später noch das kommt dann zu sagen ne alles später wenn ich das Geld dafür habe gibt es nicht irgendwo auch billige Reifen irgendwo gibt es auch so Chrom Reifen die die was für das sind ich weiß nicht ob das jetzt so passt aber wenn ihr wisst jetzt einfach mal so ich finde es habe ich jetzt ach die Reifen sehen echt scheiße aus muss ich das ganz ehrlich mal sagen ich glaube ich überlege ob ich ähm Dienst Reifen nehme Geländereifen oder sowas Geländereifen wenn schon Geländereifen mit Stil ach gibt es nicht so viele ach komm ich bin ein Geist dann auch brauche ich Geld sonst wird das ja nichts mehr Reifen muss doch brauchen wir es nicht am besten Fall Schuss sind wir Reifen sind auf jeden Fall klar mal anfangen wir es nicht an da braucht er nur noch da braucht er nur noch da braucht er nur noch der hört sich gut an vor allem jetzt Handling also Handling ist ja mal also muss damit klar kommen jetzt ist Ich vermöse es bedürftig. Naja. Hat was. Hat nicht jedes Auto würde ich sagen. Wenn es hier sonst ist, lockt euch euch wirklich heute noch ein. Ich probiere das Video heute noch hochzuladen. Und den Stream. Dann müsst ihr Bescheid heute noch einloggen. Die Karre euch sichern. Weil die kriegt ihr nicht nochmal. Und dann kriegt ihr noch ein paar Sachen. Wie zum Beispiel. Die kriegt die Karre schon noch nicht. Ihr müsst die dafür bezahlen. Und man kriegt dazu noch Munition sogar. Also man kriegt Munition aufgefüllt. Ich halte was. Das würde ich. Also ich würde es euch empfehlen das zu machen noch. Ich probiere die heute wirklich noch rauszuhauen. Dass ihr das ja auch nicht verpasst. Guckt einfach mal ungefähr. 19 Uhr. Black Sky. 88 oder. Wenn ihr hier noch vorbei. Auf meinem Kanal. Da ist es auf jeden Fall online. Probiert es. Pünktlich online zu. 2... Was ist das? Die Hube, ey. Ja, guck mal, der fällt sich wirklich hoch. Ah, ja, wenn man losfährt. Oh, Leute, was ist die? Muss man bei den anderen Fahrzeugen auch machen. Und so schnell man wird, umso schnell wird doch wieder der Huber. Oh, Alter, jetzt rastet der Karawa aus. Ich weiß nicht, mach ich ihm noch eine Autoversorgung oder kümmere ich mich noch weiter um meinen Hunger. Hier könnt ihr gerne in den Kommentar schreiben, um den letzten Video, wie ihr das Auto findet. Möchtet ihr das Auto, möchtet ihr es nicht? Könntet ihr den kaufen, also wenn es sogar kostenlos ist? Macht der Rocks ja nicht immer kostenlose Autos? Und da rutscht ich aber ein bisschen noch. Vielleicht muss ich mir mal ein Kumpel fragen, ob bei ihnen die Karawa auch so rutscht. Vielleicht ist sie halt so. Vielleicht ist sie halt so gemacht, dass Alter auch ein geiler Motor auf jeden Fall ist. Ist das okay? Ist er wieder so runtergefahren. Das ist auch lustig. Ich glaube, ich nehme mal den T20. Der eine. Ich weiß nicht, wie heißt das? Der Schwarzer fehlt hier drinnen in meiner Sammlung. Irgendwie ist er weg, oder was? Hat er eine Hupe überhaupt? Ja, eine normale Hupe. Ja, passende Dings Hupe. Irgendeine Weihnachtshupe. T20. T20 kannst du einfach nichts sagen. Mach es jeder mal alleine, Alter. Irgendwann erlaubert es ein Stöß. Schnauzen. Junken. Raus aus. Ich glaube, ich habe noch viel Geld. Ich bin gleich noch mal neu. Das neue Rennenbetul. Da wird Geld drauf gibt. Wenn es es noch gibt. Rennen. Das sage ich schon. Rennen. Der neue Spielmodus. Mal schauen. Was bringt dich heute? Brocken. Okay. 20. Ich weiß nicht. So. Upe 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 upe. Tö 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 tö. Ja, die nehmen auch für den Dienstmann Michael. Hi. Also, ich würde auch das nicht sagen. Hi. Was geht so ab, Leute? Die Zuschauer. Hattet ihr einen schönen Weihnachtstag? So. Wo muss ich das hin? Ich denke, ob ich das Auto mir hier oben hole. Ach ja, wir fahren einfach ins Bunga. Wir fahren einfach ins Bunga. Schauen wir mal, wie da das ausschaut. Vergesst nicht die Zuschauer. Ich habe auch einen Youtube-Kanal. Heißt auch Bechadeo. Einfach mal, wenn ihr Bock habt, folgen. Abonnieren. Abonnieren. Abonnieren heißt es ja. Könnt ihr gerne. Nichts unterstützen. Oder nicht. Ja. Also könnt ihr gerne mal meinen Kanal abchecken. Oder abchecken, wenn ihr Bock habt. Und auch gerne mal einen Kommentar da lassen. Wie euch die Folge nicht so gefallen. Ob es fällt oder nicht. Wieder sehr offen und sowas. Ja. Gucken wir mal an Bunga. Wie weit der Bunga Wachstab ist. Ich habe ja gestern uns früher was berührt gehabt. Boah. Ich kann es euch nicht sagen. Wie weit das ist. Weil die Leute. Arbeitet haben. Für die Leute, die das gerade zugeschaltet haben. Oder erst das Video angeklickt haben. Was weiß auch immer. Es gibt ein Auto zurzeit. Der Herr muss heißt es. Was muss bei GLA. Ich hoffe es auf jeden Fall. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Und hier sonst ist man echt gut unterwegs. Und hier sonst ist man echt gut unterwegs. Ich könnte mir auch gerne bei Twitch folgen. Dass ihr keinen. Vielleicht Streamer ver- Ich glaube man hat echt nichts gesehen. Halt. Ohja. CT20 Junge. *** Moment. Die 20 zielt man wirklich auch im Schnee. Nix sagen. Ihr könnt ja auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, was euer Lieblingsauto ist. Das ist die beste Uwe. Ok, reicht. Oh nein, oh nein. Oh, baum. Wir fahren so weit. In dem Bunga. Boah, 24 haben wir schon. Aber die Ware ist langsam leer. Ich würde mal sagen, eine holen wir noch. Also einmal in Warenlieferungen. In dem Stream. Aber hier kann es ja diesmal keiner stören. Aber gestern haben wir vorher reingeschissen. Einmal habe ich meinen Laden selber zerstört. Das ist blöd. Ich muss jetzt ganz ehrlich mal sagen, das ist richtig blöd wirklich. Und... Heute ist ja keiner ganz heiß. Wenn die Karre... Na ruh hier. Forschung holen. Wir können auch Forschung kaufen, aber nee. Ich halte nichts vom Forschung kaufen. Da klären wir lieber welches. Oh, wir haben sogar ein Fahrzeug. Äh, wir haben ein Fahrzeug. Das heißt, wir müssen irgendwas so gut machen. Oh Gott. Das ist geil, aber für dich. Das würde ich noch vielleicht auch kaufen als nächstes. Da glaube ich nie und sowas noch drauf bauen. Ich weiß es nicht. Ich weiß irgendwas, wo wir einen drauf bauen. Was, bei dem hat sich das von mir einen drauf bauen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir hier einen G dran bauen. Also, da dran. Wir haben jetzt zwei gewesen und bleiben. Aber ich bin da alleine, ey. Biss in die Stadt, lieber mal wetten. Auch überall verteilt wieder. Ätzend. Richtig ätzend ist das ohne Witz. Ich glaube, das müsste ein Müllwagen oder so ein Scheiß sein. Nee, Transporter sind das, glaube ich, die man verrückt machen muss. Ich will Autos machen. Ich will meine Bunkerware. Ich will mit dir meine Hand gemacht. Ich will so vieles machen, ey. Ich schaffe es noch nicht. Das ist das, ja. Man schafft es nicht. Weil man so viel ist. So viel ist. Wenn man alleine ist, dann ist es nicht schwer. Jeder bei ja. Das ist auch blöde. Das ist so viel. Okay. Ey, die Karre kommt ja überhaupt nicht voran. Ist ja aber gut vorne eigentlich im Schnee. Bis jetzt kann ich mich nicht verstehen. Ich bin ein Held. Hallo. Hallo. Ich muss noch mal wieder nachrichten. Ja, dann halt. Äh, äh, labt ein was. Ach so, so ein Party. Ich denke mal so, hä? Ja, ich mache noch den Stream fertig, dann komm ich werden wobei ich glaube ich habe noch zwei Runden Rang offen, die ich machen muss, wenn ich mal Rang bekomme. Das ist ja Splatine, habe ich gesehen. Gewesen. Und jetzt noch Gold 1. Gold 1. Ja, ich probiere hier wenigstens Silber zu schaffen. Das schaffst du locker. Du schaffst auch noch Gold locker. Auch mit zu Platinen fangen sie dann an zu schwitzen. Ja, gestern habe ich eine geile Kieserie gelegt mit Cavera, bin ich einfach rausgebitscht und habe zwei Leute mit der Pisse geholt. Was machst du denn jetzt mit der Pisse? Was machst du denn jetzt so? Äh, hier. Mach was mit Schaffung dann. Es ist heute auf ein Auto gekommen, was kostenlos ist. Also du kriegst nur noch heute kostenlos. Ich meine, du kannst ja dann auch noch Rainbow Rider streamen, wenn du willst. Ja, mach ich auch. Ich muss mich ein bisschen vorproduzieren. Ich habe Dings bekommen. Dings. Also. Ich hätte von zwei gekauft. Jetzt würde ich ja gerne mit dir spielen, ne? Ja. Auf geht nicht, gell? Aber. Naja, 1. 2018 noch was. Alles am Wald. Ja, aber ich glaube das war April oder Mai. Ich müsste noch mal gucken, wann das war. Und die Textbehaltung schon wieder ist. Hängt man das nicht. Ich habe überlegt. Aber erst wollte ich mir eine CD halt kaufen. Aber dann habe ich gesehen, dass das bald billiger war. Und dann habe ich gesagt, ach komm. Gänzt jetzt auch 20. Wie einfach. Also das kostet ja fast 70 Euro fast. Hab ich auch mal Bock aufzugeben. Oh. Ey. Oh. Jetzt hoffe ich, dass sie die Karre immer noch nicht haben. In dieser Suche. Dann könnte sie es vielleicht haben. Zwei Kilometer. Es geht aber. Ich hatte gerade in der ersten Runde. Einfach. Zwei Runden Els gemacht. Und die letzte habe ich auch vier Kills gemacht. Ich spiele zur Zeit übelst gern mit Ella, ey. Ich liebe einfach Ella. Ihre Wache. Der spiele ich auch zur Zeit. Oder mit chill. Vagina. Entweder Ella oder dann. Wenn Ella weg ist, dann nehme ich ihn mal. Hebrana. Hebrana. Verwera. Los. Mal. GlöESS. Hab ich lange mehr davon. Beleid. Das war's. Aber wenn ich dann WM bekomme, muss ich schnell das Spiel dann anhalten. Nicht, dass ich dann nach Hause runterfliege, das wäre auch scheiße. Was musst du anhalten? Das Spiel qua Star Wars. Ich bin ganz traurig. Achso. Ich muss auf jeden Fall anhalten, wenn ich in Rambo gehe. Sonst hängt das gleiche auf. Also kriege ich gleich auch. Ich bin ganz traurig. Nein, ich bin ganz traurig. Ich bin hier festgelegt. Mensch. Mensch Wie ist das auswärts? Das ist schön. Ich bin kurz mal auf der Lüte. Ja, genau. Gehen wir fertig, bin ich fertig mit denen. Ranked. Weitermachen noch. Ich glaube noch zwei. Es sind zwei oder drei, ich weiß nicht mehr. Das sieht eigentlich ziemlich geil, was die haben. Ich bin vorhin. Nach dem Tempo? Hey. Aber mich nicht. Alter Geduld. Sieh, 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 sieh. Sieh, 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 sieh. Sieh, 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 sieh. Du-du-du-du! Du-du-du-du. Schau, dass das auch nicht bleibt. ich habe das bringt allein das Auto 18.000 wenn du es verkaufst wer ist aber auch eine Karawada ich glaube es ist auch eine goldene Krache davon okay was ich Eieieieieiei Uwe ne ist 2km noch Ich sehe da ein Schneid Ich bin hier da Ich bin auf den Ferden 2km 3km 1km 1km 3km 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 Oh, oh nein. Ja, fast da. Was soll denn bei mir gehen? Ja. Ja. Ich denke mal schon. Ja. Namen 27. Wo? Na ja. Schreib gleich mit Erich. Ach ja. Nice. Schafft. Nicht kaputt gemacht oder diesmal. Kaputt gemacht. Jetzt können die wieder arbeiten. Das heißt für ein mehr Geld. So. So. Ich hoffe die Folge GTA Online hat Euch gefallen. Ich hoffe ihr habt neue Einblicke. Das ist mein Fahrzeug. Ähm. Wir haben endlich mal eine Kistlieferung geschafft. Oder eine Warnlieferung wie ihr das auch nennen möchtet. Bis dahin. Macht's gut. Und. Und. Wir sehen uns einfach. Wir sind ja nächstes. Wir sind ja nächstes. Wir sind ja wieder. Wir sind ja nächstes.